Musik Ach, wissen Sie, was ich liebe an der Weihnachtszeit? Das supergute Gebäck, die Leckereien. Ich liebe Schnee, aber vor allem liebe ich es auch. Bei Schneefall, wenn er dann da ist, oder auch so, mal abends eine Runde spazieren zu gehen. Durch die Straße und zu sehen, wie dann einige der schönen Häuser wunderbar beleuchtet werden. Mit viel Liebe zum Detail dekoriert werden und man erfreut sich richtig daran, da vorbeizugehen. Da erinnere ich mich auch immer gerne an meine Kindheit. Das war immer ein ganz besonderes Highlight. Ja, damals musste man Lichterketten aufhängen, richtig schön mühsam und vor allem mit Bangen auf die Stromrechnung warten. Heutzutage ist das anders, liebe Zuschauer, mit Lasertechnik. Und was Sie da alles so machen können, das möchte Ihnen der Ralf heute präsentieren und zeigen. Gleich mit zwei Laserprojektoren. Denn Ralf, die Dekoration im Innen- und im Außenbereich mit Lichteffekten war noch nie so einfach. Das ist richtig und vor allem auch Strom sparen. Du hast es angesprochen, früher eine Lichterkette, 10 Leuchten, 40 Watt waren 400 Watt Stromverbrauch in der Stunde. Hier bei unserem ersten, das ist übrigens ein LED-Projektor, kein Laserprojektor, da kommen wir aber gleich noch dazu. Der braucht gerade mal 4,3 Watt. Und Sie sehen, hier ist eine Schablone eingelegt, hier oben. Und da haben wir jetzt die entsprechenden Merkmale. Hier siehst du Schneeflocken. Und das kannst du jetzt projizieren, innen als auch außen, auf einer Fläche von bis zu 25 Quadratmetern. Und du siehst, ich habe das jetzt einfach mal bei uns an die Rückwand des Studios gestellt. Und diese Bilder erscheinen dann. Da könntest du auch, und deshalb ist das auch zeitlos, Halloween-Grüße, Erntedankfest, Schneeflocken, Punkte. Oder dann natürlich auch die weihnachtlichen Motive mit Happy New Year am Schluss, aber vorher die Geschenke. Da sehen wir das weihnachtliche, guck mal, Schneemann, Christbaum, Geschenk, Happy New Year, alles mit dabei. Das ist Halloween. Ja, und so bist du eigentlich für jede Jahreszeit gerüstet. Ich meine, Halloween war gerade erst, aber schau mal, auch dieses Neutrale. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, sphärisch, aber wäre gut für Silvester. Und einfach mal Schneefall simulieren an der Hauswand oder natürlich auch im Partykeller. Weil, dass es für außen tauglich ist, heißt ja nicht, dass du es außen benutzen musst. Du kannst es auch innen ganz einfach mal bei einer Privatparty hier gerne auch benutzen. Und hier sehen Sie die Technik, das Rollierende hier und dadurch kommt diese enorme Bewegung hier ins Studio. Und jetzt zahlt man für solche Projektoren, egal ob Laser oder LED-Projektoren, zahlt man normalerweise einen Haufen Geld. Hier sehen wir einen super Preis. Vier Farben sehen Sie, ich glaube, die sind deutlich zu erkennen. Wir haben Rot, Grün, Blau und natürlich auch Weiß. Und dadurch haben wir eine wirklich ganz, ganz große Abwechslung. Und wie gesagt, Stromverbrauch nochmal 4,6 Watt. Bei einer Lichterkette allein eine Birne hatte 20, 30, 40 Watt. Die hat also schon eine einzige Birne ein Zehnfaches an Strom verbraucht. Also über Stromverbrauch brauchen wir uns bei LED genauso wie bei Laserprojektoren überhaupt nicht mehr unterhalten. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Vor allem muss man jetzt auch nicht mehr in irgendwelche Bäume packen, wo man sich die Arme zersticht oder wo man flucht. Oder ach, das Ganze auch, wenn die Frau dann daneben steht und immer zuschaut. Schön zentral positionieren muss, dass auch alles gleichmäßig geschmückt ist. Hier ganz einfach ausgerichtet, aufgestellt, schwuppdiwupp kann es losgehen. Und das finde ich, ist das Schöne. So einfach war es auch wirklich noch nie. Und so zeitsparend war es noch nie zu dekorieren. Im Innen- und im Außenbereich. Für den Innenbereich, Ralf, haben wir hier so einen Standfuß. Richtig. Kann auch für den Außenbereich, wenn du einen festen Untergrund hast, dann kannst du es sogar festschrauben. Aber wir haben auch einen Erdspieß dabei. Und guck mal, wie einfach das ist. Hier jetzt Standfuß raus, Erdspieß rein. Und jetzt kannst du es irgendwo ganz einfach in deinem Erdreich fixieren. Dann natürlich den Winkel einstellen, den besten Strahlwinkel. Also einfacher geht es gar nicht. Ich glaube, das ist auch für jeden Laien ganz einfach zu installieren. Übrigens 5 Meter Zuleitung haben wir. Du hast also schönen Radius von der Steckdose, die du brauchst. Und so ist es eigentlich die perfekte, günstige und einfachste, aber beeindruckende Beleuchtung, die man sich zu Hause schaffen kann. Für 23,66 Euro. Mit der Bestellnummer NX, 58, 35 und der 569. 23,66 Euro. Wir bitten Sie da gleich schnell zu sein, in die Leitung zu gehen und zuzuschlagen. Das, was wir hier bekommen, ist eine absolute Sensation. Da muss man, wie gesagt, immer schnell sein und dann auch gleich bestellen. Und na klar, dürfen Sie auch zwei bestellen. Ich kann das verstehen, wenn Sie so eine richtig schöne Tanne zum Beispiel haben im vorderen Bereich oder auch ein Buchsbäumchen zum Beispiel, dass man da Deko haben möchte. Und vielleicht auch im Innenbereich. Übrigens wird das Ganze mit einer Fernbedienung geliefert. 23,66 Euro. Gehen Sie da in die Leitung. Fernbedienung beim zweiten Modell, liebe Zuschauer. So sieht es aus. Denn das zweite Modell ist jetzt die Premium-Variante, die wir Ihnen vorstellen dürfen. Und ich stelle mich einfach mal hier rein. Sieht ja aus. Wow. Ja, und hier sehen wir es. Das sind Laser. Und zwar zwei Laser sind hier eingebaut. Ein roter und ein grüner. Die kann ich natürlich separat einstellen. Wenn ich mal nur rot oder grün eine Laser-Punkte haben will, dann mache ich das. Und einstellen natürlich das ganz einfach, wenn ich es einmal fixiert habe hier, entweder mit dem Standfuß, den wir sehen, oder natürlich auch mit dem Erdspieß, dann auf die zu beleuchtende Fassade oder die Büsche hier richten. Und dann haben wir hier jetzt, und das ist das Hervorragende bei Lasertechnik, eine Möglichkeit bis zu 300 Quadratmeter Fläche so zu beleuchten. Wir haben verschiedene Geschwindigkeiten. Wir haben verschiedene Muster. Wir können das Ganze auch wirklich noch ein bisschen blinken lassen. Und da sehen wir es. Diese Blinkfunktion hast du mit Rot und Grün oder nur mit einer Farbe. Du hast stehende Module. Du kannst hier zehn Bewegungsgeschwindigkeiten und sieben Blinkgeschwindigkeiten einstellen. Und hast eine Leuchtweite, das ist auch immer wichtig, von zwölf Metern. Du hast also einen schönen Abstand. Und je weiter man weg geht, desto größer ist natürlich der Radius. Aber das ist aber ganz schnell raus, wo man es hinstellt. Es sieht beeindruckend aus. Jetzt haben wir noch einen ganz wichtigen Punkt auf der Fernbedienung. Und zwar neben den ganzen Einstellungen der Geschwindigkeit und auch der Farben. Ich könnte jetzt auch mal die Farbe wechseln. Sollen wir mal machen? Guck mal. Einmal so. Jetzt haben wir nur Rot. Guck mal. Jetzt hier doppelt Rot. Und jetzt kommt Grün. Und jetzt mache ich aber wieder beide rein, weil ich das am schönsten finde. Und jetzt kann ich aber auch, das sieht richtig gut aus, wie so ein außerirdischer Horn. Vivien der Alien. Also jetzt habe ich hier aber noch die Möglichkeit, einen Timer einzustellen. Und zwar zwei, vier oder sechs Stunden. Und das ist natürlich besonders schön, wenn ich jetzt meine Hausfassade abends um sechs anmache. Ja, also die Beleuchtung und sage, okay, kommt 24 Uhr, reicht. Dann stelle ich den Timer auf sechs Stunden, muss mich nicht mehr darum kümmern. Ich weiß dann immer, um 24 Uhr geht es dann sicher aus. Also das ist auch noch was Schönes. Und ich finde, das ist wirklich so beeindruckende Beleuchtung. Die sieht man normalerweise vielleicht in Luxushotels oder in großen Freizeitparks, habe ich sowas schon mal gesehen. Und ich sehe, dir macht es auch Spaß übrigens. Dürfen die Kinder ruhig auch damit spielen. Diese Laserklasse ist in Deutschland zugelassen und absolut ungefährlich. Auch wenn man reinschaut. Also man kennt ja diese Horrorgeschichten von Lesern. Das sind aber Illegale. Die sind so stark von der Millibat-Zahl. Hier sind wir in dem Bereich, der als absolut unbedenklich eingestuft wird. NX 67, 27 und die 569, 35,06 Euro. Auch ein TV-Sonderpreis, der als absolut sicher eingestuft wurde. Und vor allem ein absolutes Sicherluss-Schnäppchen, liebe Zuschauer. 35,06 Euro. Denn gerade jetzt, wenn man da auch mal in Dekorationsfachgeschäfte geht oder wenn man bei den lieben Kollegen mal vorbeischaut, da sind die natürlich deutlich, deutlich hochpreisiger. Deshalb jetzt bitte zugreifen, sowohl für den Weihnachten, für den Weihnachtsbaum hervorragend geeignet, als auch für das Silvesterfest, für die Dekoration im Außen- und im Innenbereich. Und vor allem, ich finde es halt einfach vervorragend, was man hier auch alles mal so ausprobieren kann. Man kann sich das so einstellen, wie man möchte. Und ich weiß, dass auch die Kinder da Spaß haben werden. Ralf, wenn ich jetzt eine große, schöne Tanne zum Beispiel habe, die ich zu Weihnachten schön im Wohnzimmer aufstelle, brauche ich ja theoretisch auch da jetzt keine Lichterketten mehr zu verwenden, oder? Ich glaube, im Wohnzimmer wird jeder Lichterketten aufhängen. Aber du kannst das natürlich zusätzlich unterstützen und nicht nur draußen. Jetzt gehen wir mal nicht nur drinnen, gehen wir mal von draußen aus. Man hat so einen schönen Tannenbaum im Garten. Und jetzt stellst du so einen Laserprojektor von der Straßenseite her auf und lässt das über das ganze Grünzeug praktisch projizieren. Und dann hast du einen unglaublichen Effekt. Den könntest du jetzt mit keiner Lichterkette der Welt erzeugen, beziehungsweise höchstens, du kannst mal nachzählen, wie viele einzelne Lichter da sind. Und dann weißt du, wie viele Lichterketten du aufhängen müsstest, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen. NX 6727 und die 569, Ihre Bestellnummer für 35 Euro. Sechs, liebe Zuschauer, maximale Möglichkeiten hier zu dekorieren, so wie Sie das wünschen. Und ist das nicht schön, wenn dann die Kinder oder auch die Fußgänger bei Ihnen zu Hause vorbeilaufen und dann sagt, schau mal, wie schön, können wir mal ein Foto vor dem Grundstück machen. Ach, ist das nicht toll, da freut man sich auch, dass man alles richtig gemacht hat. Und das Ganze auch noch stromsparend, günstig jetzt hier in der Anschaffung und vor allem super schnell und leicht angebracht, im Innen- aber auch im Außenbereich. Deshalb gleich in die Leitung gehen und bestellen. Bitte auch gerne zwei oder drei bestellen, was Sie haben, haben Sie. Kann natürlich auch im Sommer vorrangig verwendet werden. Und deshalb wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Dekorieren.